Eine Blondine, eine Brünette und eine Schwarzhaarige sitzen beim Frauenarzt. Alle drei sind schwanger. Sagt die Schwarzhaarige, bei mir war er oben, es wird sicher ein Junge. Darauf die Brünette, bei mir war er unten, es wird sicher ein Mädchen. Da wird die Blondine ganz anders und sagt, oh nein, ich will keinen Hund.